Das ist kompetitives Schach auf Leaches, wo ich versuche, die 2000 Elo zu erreichen. Aber ich versuche das mit den verschiedensten Eröffnungen. Das macht es für mich viel schwieriger, die 2000 Elo zu erreichen, aber der Lerneffekt ist letztendlich für dich und mich größer. Ergänzend dazu dann immer eine Fehleranalyse nach der Partie. Nimmt, nimmt, nimmt. Ne, das geht noch nicht. Dann stelle ich erst mal E6. E6 und der Läufer kommt raus, deckt den Bauern hier direkt. Schöne Karo-Kant-Struktur. Moment. Muss ich erst rausnehmen, weil wenn ich den mache, hat er so, so. Ich glaube, ich nehme einmal raus und dann Springer rüber rotieren. Springer auf F5. Erstmal hier rausnehmen. Jetzt hat er hier einen Verteidiger weniger. Ich könnte auch da mal B6 erst spielen. Wobei, ne, mit dem Springer ist besser. Er deckt den jetzt dreimal. Und ich müsste theoretisch viermal angreifen auf den Bauern. Kann aber auch den Läufer erstmal schlagen. Das schlägt, schlägt. Und dann Läufer B4. Läufer B4 sieht doch ganz gut aus. Wenn er den nicht mehr hat und hier keinen Springer mehr zwischenstellen kann, dann muss er eventuell sein... Na doch, der Springer kann ja noch zurück. Jawohl, natürlich nehme ich hier raus. Schwächt sein König, wenn er gleich ruchiert. Schöne Gabel hier. Okay, König F2 könnte beide Bauern verteidigen im Prinzip. Oh, er spielt's wirklich unglaublich. Warte, nehmt's, nehmt's, nehmt's. Und es droht Dame hier. Oder soll ich einfach erstmal Schach... Oder hier Schach geben. Dame H4. Dame H4. König geht zurück. Und dann Dame hier. Und greift den Bauern an. Ja, dann kann ich den Springer erstmal auch behalten. Ah, verdammt, er kann das hier einfach machen. Verdammt. Kann ich einfach den Bauern dazwischen ziehen. Hätte ich mal doch hier gerade einfach geschlagen. Das wäre besser gewesen. Ach. Jetzt mach ich mir hier alles kaputt. So, versuchen wir mal Dame A5 oder Ruchade. Ach, komm schon. Macht mir hier alle meine Pläne zunichte. Hier, dann kommt der Bauer hier rein. Ach, Mann, 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 Mann. Vorher wäre der Zug wohl am besten gewesen. Ja, einfach nicht gedacht, dass er den Bauern dazwischen ziehen kann. Einfach vercheckt. Egal. Jetzt müssen wir irgendwie auch unsere Figuren wieder ein bisschen verbessern. Vorher standen wir besser. Das ist auch gar nicht so schlimm, dass sein König so schlecht steht. Mal wieder ran mit der Dame. Vielleicht hier, hier und dann auf Dame E4. Ja, dann kann der Läufer aber wieder rein. Läufer wieder rein. Wie wäre es mit dem, dem? Dann nimmt er einfach raus. Fakt ist, der Bauer hier ist schwach. Der Bauer ist schwach. So, so, Dame hängt, aber er kann auch mit der Dame zurückschlagen. Also, Vorsicht. Vorsicht. Oh, hier kann er doch einfach den Springer schlagen. Ja, 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 passt doch auf. Ja gut, ich probiere es mal so rum, jetzt mit dem Angriff. Probier mal da rein zu gehen. Und? Greif den Turm an. Das ist gut, weil wenn ich hier hinziehe, kann ich den nicht mehr spielen, weil mein Turm dann nicht mehr gedeckt ist. Hier oder hier hin? Ich würde eigentlich schon gerne hier bleiben, aber dann kann ich den Springer nicht ziehen. Ja, ich spiele mal hier hin. Ich muss gleich aufpassen vor, ja, ja, vor diesem Angriff hier. Aber wenn ich den Turm wegziehe, dann ist mein Springer weg. Boah, ist das tricky gerade. Ich habe mir selber so eine Zwickmühle gesetzt. Turm C8 geht nicht. Ich muss da mal zurück und dann kann ich den Springer ziehen und der Turm ist gedeckt. Das Problem ist, dass ich jetzt irgendwie weiß gegeben habe, dass er mich angreifen kann und nicht umgekehrt. Eigentlich müsste ich weiß angreifen. Ich hatte vorhin eine schöne Angriffsstellung, sein König war unruhiert und offen. Ich spiele gleich den anderen Turm auf C1 vermutlich. Erstmal muss der weg, gut. Springer muss ins Spiel. Der Springer muss auch ins Spiel. Irgendwie. Ich weiß noch nicht, wohin ich ihn entwickle. Da ging ja nicht. Turm C8 ging auch nicht. Soll ich vielleicht F6 spielen? F6 muss ich wohl, sonst komme ich hier mit dem Springer nicht vorwärts. Hier hin und dann die Dame aktivieren. Und dann komme ich mit dem Springer wieder nicht vorwärts, also. Er spielt erstmal Intermezzo. Okay, hier rein. Ich dachte eigentlich, der käme zuerst. Ich nehme so zurück, damit der Bauer hier gedeckt bleibt. Was tun wir? Nehmen Springer hier. Wir liegen nicht mit einem Bauern hinten. Es ist jetzt gleich auf, aber ich habe weiß die Initiative gegeben. Ist ja auch total doof gewesen. Die erste Intuition ist oft die richtige, wo ich vorher den Springer opfern musste. Uh. Spicy bringt aber nichts, weil er auf den weißen Figuren nur angreifen kann. Der Bauer hängt. Was soll ich denn spielen? Dann ist doch sein Läufer gefangen. Dann muss doch sein Läufer gefangen sein. Der kommt doch nicht mehr raus. Der ist weg. Der Kollege. Ja, stark gesehen. Wir kommen wieder zurück. Jawohl. Er hat ja doch noch ein bisschen Kompensation bekommen. Eine ziemlich aktive Dame und hier zwei Doppelfreibauern. Wie heißt es mit dem? Dann geht er einfach hier. Ich muss also einen Weg finden, den Bauern zu verteidigen. Funktioniert das hier? Funktioniert das? Dann geht er wahrscheinlich auf den A7-Bauern. Wahrscheinlich. Meine Dame ist viel zu passiv hier, um den zu decken. Ja, er geht auf den A7. Dann gehe ich. Erstmal A6. Also einen von den Bauern wird er sich holen. Ich werde... Dame hier. Dann hat er aber eventuell ein... Okay, da kann ich gar nicht hin. Ich gehe hier. Er nimmt da. Ich gehe hier. Er seine Dame erstmal an den Rand. Ich muss aufpassen, dass wenn ich den Bauer nehme, dass er mir nicht hier Dauerschach geben kann, weil ich mit meinem König nicht raus kann, beziehungsweise Remi forcieren, weil ich immer mit der Dame hier abwehren muss. Sonst bin ich ja sowas wie... Rundhain matt. So, decken wir den Bauern, greifen den an. Ich muss meinen Springer verbessern. Ich habe doch jetzt eine Leichtfigur mehr, aber drei Bauern weniger. Das heißt, solange ich nicht meinen Springer hier gut nutze, werde ich noch verlieren. Also, Springer raus. Viel zu passiv hier auf H7. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Die Bauern sind nämlich schwach. Die sind beide isoliert. Also kein Bauer, der... Hä? Das war, ich schätze mal, ziemlich ausbalanciert. Ich glaube sogar, dass Schwarz vorne lag. Gucken wir uns das Ganze mal an. Wenn er nicht die Dame geblendet hätte, hätte er mit seinen Bauern und seiner Dame dann noch irgendwie durchziehen können. Also gucken wir mal rum. Der orange Pfeil ist immer der beste Zug, der gespielt werden kann. Und der schwarze Pfeil, der zweitbeste Zug. Also, die Eröffnung scheint okay gewesen zu sein. Das soll eine Ungenauigkeit sein. Ich bevorzuge aber immer gern, den Springer zu fesseln. So, hier nimmt, nimmt und dann... Ah, Läufer direkt schon raus. Springer geht aber auch, ne? Ja, soll auf jeden Fall nicht falsch sein. Rausnehmen ist okay. Ich wollte halt nicht, dass er hier dann mit seinen Bauern hier meinen Läufer so einengt. Und... Ich fand den, ich fand den weißverriegenden Läufer da nicht so gut. Deswegen habe ich den abgetauscht. Seine Stellung habe ich ein bisschen geschwächt. Das war ziemlich gut. Dame... Ah! Dame direkt auf... Dame direkt auf H5 wäre es gewesen. Auf H4. Dann könnte er nämlich nur noch hier hingehen. Und dann... Wieso nicht jetzt den hier? Ah, weil der Springer blockieren kann. Und so kann er den Bauern nicht verteidigen. Er müsste wieder den sparen. Dann wäre ich doch genau wieder bei dem, was ich vorher vorhatte. Nimmt, nimmt und dann hier rausnehmen. Also... Ich finde, ich habe besser gespielt, als die Engine hier es vorschlägt. König hier... Ja, das ist natürlich der beste Zug. Und das ist nicht so gut gewesen. Die Idee war, rauszunehmen. Und wenn er hier schlägt... Läufer schlägt. Und... König ist ganz offen. Wir haben ein Bauernmeer. Finde ich viel besser für uns. Ja. Dame wieder zurück. Jetzt gebe ich... Weiß die Offensive. Das war ganz... Wie ist der Springer zuerst hier rein, wäre es gewesen. Na gut. Jetzt kann ich ja den Springer gar nicht... Konnte ich ihn vorher da hinspielen? Warte, hä? Dann hätte er doch einfach... Achso, die Dame hätte noch gedeckt. Okay. Dame hätte noch gedeckt. Also... Da habe ich versucht, wieder anzugreifen. Das war ein Fehler, weil ich dann den Läufer reingelassen habe. Weil jeder Bauernzug schafft Schwachstellen. Habe ich nicht bedacht, dass A6 dann so eine heftige Schwachstelle wird. Weil, wie ihr seht, ich kann nicht hier hin und dann den Springer wegziehen, weil dann der Turm nicht mehr gedeckt ist. Die Türme sind nicht mehr verbunden. Also... Turm C7. Dame zurück. Hier einmal abtauschen. War wohl auch nicht so gut. F6 war hier gut, um den Bauern-Durchbruch zu holen. Ich habe dann hier übersehen, dass er hier dann eine Batterie hat und es angreift. Also nimmt, nimmt. Das ist immer noch ganz okay. Ich nehme mit der Dame raus. Und hier haben wir schön gesehen, dass wir den Läufer gefangen haben. Zack, zack, zurück. Was? Läufer nicht schlagen? Ach, das war Sinn des ganzen Zugs. Springer hier. Wir drohen Anzug. Oh! Dame opfern. Sonst passiert das hier. Wow, das ist sehr forciert und sehr schwer zu sehen, aber diese ganze Mattentzen jetzt schon mittlerweile. Yo, ey. 15 forcierte Zügel oder den Läufer schlagen? Natürlich nimmt hier jeder den Läufer. Aber, also das war echt, das war echt krass. Ich habe den Läufer genommen. Ich habe noch ein paar Ungenauigkeiten gehabt, ein paar Bauern abgegeben. Und ich glaube, nee, hier stehe ich tatsächlich noch ein bisschen besser, bis der dann auf einmal einfach seine Dame hergegeben hat. Das war sowas von klar. Wäre noch eine spannende Runde gewesen eigentlich. Und ich habe noch ein paar Minuten, bis der dann auf einmal einfach seine Dame hergegeben hat.